Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Krum Null. Ich bin der Besten von Null und das ist... NEIN! Ja, äh, das ist... Äh, ja, das war's wieder mal komplett. Aber ja, Leute... Moin Leute, servus. Wie geht's euch? Servus. Ich bin Krumans, hallo. Ja, heute ist leider noch der vierte Tag des Adventskalenders und, äh, wir spielen heute mit dem Pyro-Kit. Neeee! Jawoll! Ähm, ja. Und die Runde beginnt eh gleich. Yeah! Let's go! Ja, und wir sehen uns dann nach dem Intro, yeah! Juhu! Ähm, ja, Leute, ähm, wir spielen heute mit dem Pyro-Kit. Ja. Und als erstes will ich Luki mal erzählen, was er so gut an dem Kit findet. Also ich finde das Schwert einfach extrem OP, was auch ziemlich... Was eigentlich auch der Sinn des Pyro-Kits ist, glaube ich. Oder hoffe ich. Ähm, aber das Negative... Es gibt etwas Negatives an dem Kit. Und zwar ist das, ähm, dass es keine Rüstung hat. Ich zum Beispiel, mir geht es gerade rüstungstechnisch nicht sehr gut. Obwohl ich in der Mitte war. Ähm, ja. Ich... Mir fehlt ein Rüstungspunkt. Aber auch nur, weil ich ein bisschen viele Deals hab. Ja, aber... Das... Kit ist mittelmäßig. Finde ich. Okay, ähm... Jetzt werde ich noch meine Meinung dazu sagen. Der Typ ist so aus von Daun, der weiß es noch nicht. Ja, ich hab ihn. Lol. Oh Gott, dieser... Ah, der hat das alles ziehen im Kit. Der... Hat etwas nicht Schlechtes gemacht. Der hat so eine Wasserlacke platziert. Mann, das ist wirklich... Ich werde hinten abgestoppt. Der von irgendeinem Rap... Bin einem abgestoppt. Alter, ich hab... Nein. Hat einen krassen Kill gemacht auf jeden Fall, Leute. Ihr habt das gesehen. Junge, nein! Nein! Oh! Geht doch weg! Wir können so eine richtig krasse Animation in der Nachbearbeitung machen, so. Mit dem Kill. Ja, dann muss ich schon mal ein bisschen Arbeiten und Crewmans raushauen. Ähm... Ihr abfacken kann man spielen und dann noch fast verlieren. Der ist mich gerade abstorben gegangen. Ich hab ihn gekombot. Und er hat noch fast verloren. Lol, Leute. Abfacken, da geht's nicht. Ich bin voll dir. Das ist er wieder da. Alter! Er... Alter! Mehr abstoppen kann man halt nicht. In der Mitte, oder? Ich... Okay, Leute. Ich kämpfe gegen zwei. Ich kämpfe gegen zwei. Gewinn fast. Und beide pöllen sich weg. Da kommt der eine... Hielt sich auf der anderen Indel voll. Er zug deppert es zum Hotkin. Scheißernst! Ja, genau der! Und da kommt er wieder... Hast du gesehen, wie abfackend er spielt? Alter! Ja, komm, stirb! 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 Stirb einfach! Oh mein Gott! Danke! Er lebt... Ich hab' hier abdeckt. Ah, den hab' ich auch gesagt. Kann man! Kann man! Ist das so? Ja! Jawoll, Leute! Die Runde haben wir gewonnen! Ist das so? Ich hab' es auch nicht gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weiterhin ein Teilskanal sein wollt, dann abonniert doch gerne und aktiviert die Glocke. Wäre wirklich sehr nett von euch. Und wir haben uns beides sehr, sehr hart unterstützt und kostet keinen Sinn. Also, ja. Wir würden uns freuen, wenn uns abonnieren. Ich bin gerade ausgeprägt. Wunderschön. Also, seit ein Teil unseres Kameras. Ja. Dann sag' ich... Tschuuu. Tschuuu.